ach guten morgen willkommen zurück bei the forest die nacht haben wir überstanden ja die sonnenstrahlen erblickern sieht aber schon geil aus wie die sonne grad so na egal jetzt alter jetzt hab ich das feuerzeug die ganze zeit an warum das feuerzeug nicht mal alle würden oh gott wir müssen unbedingt das bett fertig machen ja ich warte ich schau jetzt noch mal bei den fallen nach ob da vielleicht jetzt mal ein has wieder drin ist ja und ich habe überlegt ob ich jetzt vielleicht mal diese laubfalle da macht vielleicht ich weiß nicht ob das für die menschen sind oder auch für die tiere ja ich weiß nicht so eine laubfalle ja verdammte kacke wieso ist denn da nichts drin so ein fallen das ist noch so ein holzlok aber wo ist eigentlich die andere falle oh nice geil ich habe ein sperr jetzt halt der ist ja mal geil der sperr wieso habe ich jetzt die ganze seite feuerzeug an ich versuche mal ein paar hasen zu haben ja da ist ein hase mein gott bau das dahin gibt mir den sperr hast ja wo bist du hin hast du hast du hast du hast du hast ja wollen wir mal die folge eigentlich wollen wir die folge eigentlich noch zu dem container ja genau was ich hol mir schon diesen verdammten ja ich habe den hasen das nasen Nice, geil. Ich suche auch gerade nach einem Hasen. Gut, jetzt brauchen wir noch einen Hasen. Ja, wir hätten ja einen Hasen im Käfig. Wir hätten ja einen Hasen im Käfig, ne? Oder sind wir schon verwendet? Nee, oder? Nee, den tun wir jetzt nicht. Ach, man kann bei dem Zelt hier auch speichern. Und schlafen. Achso, ein Schmarrn. Das ging bei mir nicht. Ich schwöre, es ging bei mir nicht. Doch, ich kann da jetzt speichern und da kann ich auch schlafen. Im Zelt? Bei dem Zelt hier, wo ich jetzt... Ich stand da vor, das hat nicht funktioniert. Ich schwöre, Mann. Oh, Alter. Wurde ich jetzt echt einfach nicht gesehen. Ja, gut, aber was will ich mit so einem Kack-Zelt, ne? Das ist die andere Frage. Ja, aber klar, man kann halt da auch mal überbrücken jetzt. Ja, klar. Das ist besser, als wie ich... Aber es ist immer ungeschützt, ne? Hm. Ja. Alter, hier sind so viele Alkoholflaschen. Das ist unfassbar. Ja, aber es ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht, weil dann können wir später mal Medizin herstellen. Hä, da ist ein Koffer. Ach nee, wir brauchen noch zwei Hasenfälle. Ach, ja. Jawohl, ein Schokoriegel. Yes, nice. Alter, da liegen voll viele Koffer, Mann. Gut denn. Medizin, ja, geil. Ach, dieser Scheiß-Ball. Warte ich erstmal die Bären in unserem Beet. Da wäre ein Hase, den hole ich mir. Boom. Daneben. Nein. Na gut, also ich werde jetzt bereit für Container. Ja, ich bin schon fast da. Oh, 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 oh. Vier Stück, vier, vier Stück. Vier Hasen, sehr gut. Holt sie. Nein, nicht vier Hasen. Für Eingeborene. Ah, da waren zwei Hasen. Ich habe dann genau zwischen die Hasen geschlagen. Wollen wir die fertig machen? Wo bist du denn? Wir laufen gerade alle in den Wald rein. Nee, wir laufen aus dem Container. Aber vielleicht immer ein Auge nach hinten. Ich muss nur langsam was trinken und was essen. Ja, trinken wäre vielleicht nicht schlecht. Darum wäre Regen vielleicht nicht schlecht. Hey, da ist ein Boot, da ist ja was drin. Nein. Hier sind eigentlich übrigens... Ah, genau. Wenn wir beim Container waren, gehe ich dann mal... Ja, Hase, Hase. Bei mir ist auch ein Hase. Komm, kommst du ja, kommst du ja, kommst du ja. Oh, da sind überall Totems. Ach, scheißdreck. Oh, da sind ganz viele Container. Eins, drei, vier Container. Äh, was ist denn? Circuit Boards. Oh Gott. Ich mache gerade ein paar Koffer nochmal auf. Jawohl, noch ein Schokoriegel. Ja. Noch ein Schokoriegel. Jawohl, so will ich das. Medizin wäre noch schon. Medizin wäre noch nicht schlecht. Den Ball brauche ich nicht. Na gut, das geht schon mal nicht auf. Ha, gut, sag ich hasse es, wenn du direkt durch den Vogel stichst und es passiert nichts. Das passiert mir wirklich... Ah, ich habe irgendwas gefunden. Das passiert mir wirklich häufig. Wenn du direkt durch den Vogel stichst, weißt du, was ich meine? Du siehst einfach, wie er durch den Vogel geht und dann fliegt er weg. Da denke ich mir, du blöder Spastengesicht. Ich weiß nicht, sollten wir die Totems nicht vielleicht irgendwie kaputt machen oder so? Vielleicht ist es so ein Markenzeichen, hey, hier ist was, hier brauchen wir immer Hilfe, hier müssen wir immer wieder herkommen. Ich bin mir nicht so sicher. Ich durchsuche hier gerade nur die ganzen Container. Ja, ich bin auch bei dir. Ich mache gerade die Totems kaputt. Und da sind wieder auch ganz viele, ähm, Dinger. Schildkröten. War was in den Containern? Bis jetzt nichts Hilfreiches, aber in einem Container findet man was, das kann man dann mitnehmen da. Das ist irgendwas Elektronisches oder so. Aber mir was. Das ist auch noch ein Totem, hier sind echt viele Totems. Was ist das? Coins habe ich ja gesprochen. Hier Cash. Okay, okay. Laptop? Da sind überall die Pappkartons. Warum kann man die Papp haben? Ja, die kann man aber nicht kaputt machen. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Frag mich nicht. Oh, da hinten. Da sind wieder Schildkröten. Oh. Da kommen Eingeborene auf mich zu. Aber da werden wieder so zwei Türme. Können wir wieder hochkraxeln. Lol, da sind einfach eiskalt wirklich Fenster drin. Ah ja. Wäre cool, wenn wir die irgendwie mitnehmen können. Da sind zwei zu tragen. Ach, du hast alle Totems mitgenommen, ne? Ich habe alle Totems kaputt gemacht eigentlich. Kannst du noch Alkohol mitschleppen, weil da liegen noch zwei Flaschen. Ach, da liegen ein Haufen Weißer. Du scheiß Vogel. Äh, warte. Die ignorieren uns vielleicht. Die gehen wieder da hoch. Das ist ein Leuchtfackel. Wo ist hier eine Leuchtfackel? Verdammt, Kale. Wo ist denn Coins? Coins. Tennisball. Naja. Hast du das dem einen Container mitgenommen? Die, äh... Ich war in jedem Container drin, ja? Die, äh, Liste da. Was? Ne, Liste habe ich keine. Oh, da laufen sie. Da laufen sie. Ja, verpisst euch nur. Da ist ein Vogel jetzt. Pass auf. Alter, da kann ich echt nicht zielen, der Typ, ne? Also ich meine, ich will ja nun mal behaupten, aber... Wo zielt der mal hin? Es ist ja ein Witz. Du weißt schon, dass du die Spielfigur steuerst? Ja, aber ich meine, mit dem Finger. Ich gehe mal davon aus, dass... Alter. Ich will doch den Stick mit... Ich habe doch gedacht, irgendjemand hat da... Was ist das? Close. Ah, das ist gut. Wo ist mein Speer hin? Ist das mein Speer? Nee. Schau, dann klette ich mal nach oben. Scheiße, muss ich... Na, jetzt komme ich hoch. Geht doch. Ach, da sind zwei Tümer. Warst du auf dem anderen schon? Nein, auf dem bin ich nicht hochgekommen. Hat mich genau... Ah, da ist irgendwas. Äh, was ist denn das? Was ist denn das für ein Schwachen? Circuit Boards. Ah, ich komme hoch. Ah, ist die Pennen. Circuit Boards? Circuit Boards. Was ist hier so an? Oh, ich bleibe oben. Oh, nein, 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 nein. Da sind... Jawohl, Geld und ein Snickers. Wir haben ein Problem. Glaube ich nicht. Aber viel, viele Sticks habe ich. Oh ja, ich nehme jetzt einfach meine Speer und versuche die abzuwerfen. Aua. Ach, ich verdurste und verhungere. Fuck. Inventory. Schnell was trinken. Ach, hier oben war noch Medizin. Ich musste jetzt Alkohol und ich nehme Snickers, weil es geht nicht anders. Ja. Wieso kann ich denn jetzt hier... nicht werfen? Ich möchte doch... Was? Ähm... Flock. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf und halb. Eins, zwei, drei, vier... Ich kann jetzt auch nicht werfen. Ich kann auch nicht werfen. Ich kann nur nach unten pieksen. Ah, fuck, Alter. Oh, da kommen noch welche. Na toll, jetzt haben wir voll die Arschkarte gezogen. Fuck. Ich kann auch nicht ins Wasser springen, weil es zu weit weg ist. Ja, bei mir auch nicht. Ich habe echt ein Problem. Nee, ich könnte... Könnte ich den... Ah, jetzt kann ich den... Nee, kann ich doch nicht. Du sollst halt gerne meinen Speer werfen, aber es geht nicht. Ich kann ja auch... Ich kann nur auf dich werfen. Nee, ich kann... Ich kann in deine Richtung werfen. Ich kann nach unten werfen. Achtung! Ah, daneben, verdammt. Das geht nicht. Das kannst du vergessen. Du musst in meine Richtung werfen, weil du kannst dich nicht direkt nach unten werfen. Doch, jetzt kann ich fast direkt... Oh, shit. Okay, ich helfe dir, ich helfe dir. Ich bin gleich da. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin gleich da. Ich bin im Wasser. Komm, wie du denn... Alter, du kommst... Warte, ich helfe dir. Ich bin auch im Wasser, ich bin auch im Wasser. Komm ins Wasser, komm ins Wasser. Es ist richtig geil, die krabbeln von dir weg, ne? Wenn die am Boden liegen, dann... Wie so ein Horrorfilm auf den Rücken, tun die dann so. Ja. Warte, ich... Oh, oh. Kommst du ja? So, das werde ich erstmal Speer werfen, hier. Auf weh. Du bist auch ver... Alter, die haben uns richtig... Die geben jetzt richtig Schaden, Mann. Ja. Alter. Du musst echt versuchen, jetzt zu blocken. Oh, Alter. Wo bist du hin? Wo bist du? Oh, Alter. Alter, jetzt... Nee, Alter, ich bin gleich tot, ey. Kann ich nicht risken. Never, Alter. Alter, wie viel hell geht die denn aus? Mittlerweile. Ja, ja, schön. Schön auf dem Boden. Oh, nein. Ich hab... Ich... Bei mir schon alles... Grau, nein. Oh, shit. Ich bin weg. Ich bin weg. Der ist im Wasser, was ist... Der ist gerade ertrunken. Echt? Ja, Mann. Bleib du im Wasser, ich versuche das mal zu regeln. Ich hab echt kein Leben mehr. Ich bin... Bei mir war gerade alles grau schon. Oh, was... Was denn jetzt? Ich will doch jetzt... Speer werfen. Uah. Alter, der hat keine Rolle gemacht, hast du es gesehen? Ja, man... Du machst die ganze Zeit trolle. Oh, der ist ein Speer. Sehr schön. Ah, den hast du gerade schon noch mal gehört? Kommen die zwei, die schaffen. Jawoll. Sehr schön. Gleich noch mal. Ja, kommen jetzt noch welche. Das kann es doch nicht sein, oder? Alter, wieso am Tag denn so viele? Mich wundersack gerade. Der hat jetzt eine Waffe verloren, aber die ist nicht toll. Inventory. Ach, ich glaube, ich habe jetzt auch so eine Schädelwaffe wie du. Ja, aber ich habe hier eher so ein Stab, der ist ein bisschen besser. Ein Stock, oder wie? Möchte ich da auch noch nach oben schnell und was holen? Ja, genau, dann gehe ich da auch nach oben. Sind die hinten noch einmal zwei? Jetzt gehen wir hoch und jetzt sind sie wieder da. Da ist jetzt nichts. Doch, bei mir ist Medizin. Boah, wie geil. Alter, das kommt gerade wie gerufen. Oh nein, ich hänge hier irgendwie. Alter, zweimal Medizin, Alter. Das kam gerade wie gerufen, welch. Hey, lol, ich habe wieder... Hey, ich habe wieder volles Leben, aber habe aber keine Medizin genommen. Hat er die automatisch jetzt genommen, oder wie? Sollte normales nicht so sein. Oh Mann, ich muss echt mal wieder was essen. Das sind zwei Vögel. Krieg. Scheiße. Ach, fuck, die Vögel sind echt kacke. Ja, laufen wir wieder zurück, oder? Ja, laufen wir erstmal wieder zurück. Das war weit genug, finde ich. Fürs Erste. Wollten eigentlich mal unsere Defensor voll fertig machen. Aber das war halt mal ein bisschen Erkundungstour. Das ist auch mal eine Abwechslung eigentlich. Ja, warte, ich versuche dann jetzt nochmal schnell zum Teich zurückzukehren und da vielleicht ein bisschen Wasser zu holen. Oh, ich habe keine Ausdauer. Kann man irgendwie so einen Wasserspeicher oder so? Wenn ich das aufgekocht habe, kann ich das nicht kriegen? Nee, das geht nicht. Das kannst du nur direkt kriegen. Oh, leicht. Nein, verpiss dich, Alter. Der läuft wieder, ne? Oh, drei. Oh, das kann es nicht sein. Alter, was... Nein, aber die sind die Schwachen. Und es regnet. Nein, oh mein Gott, da kommen oben nochmal vier. Da oben kommen nochmal vier. Alter. Okay. Okay, warte. Das kann es doch jetzt nicht sein, oder? Das haben wir echt ein Problem. Aber das sind die Schwachen. Oh, nee, Alter, wer kommt da noch? Alles. Alter. Fuck it, Alter. Alter, wie... Der hat mich voll erwischt. Mich auch, Mann. Habe ich noch Medizin? Ach, scheiße, ich kann das nicht öffnen. Ich schwimme da einfach mal. Oh, Mann, ich habe auch Hunger und verdurscht jetzt. Ich muss jetzt echt mal schon zurück. Ausdauer habe ich auch keine. Alter, das sind die 1, 2, 3, 4, 5. Alter. Das ist die ganze Family, Alter. Ah, verdammte Kacke. Warte, ich versuche mal zu tauchen, ob die dann vielleicht verschwinden. Versuch mal wegzutauchen. Kann man relativ lange tauchen. Ah, okay, das ist nice. Hier kann ich stehen und hier kommen sie nicht her. Das ist gut. Oh. Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Jawoll. Versuch wegzutauchen. Die kommen da... Die kapieren das nicht, wenn du wegtaust. Ist doof. Jawoll, ich habe einen erwischt. Halt, du mit den Speer, da machst du One-Hit, Alter. Wenn du den wirfst und die triffst. Ja, das ist gut, böse. Einen habe ich erwischt. Du Mann, nicht weit weg. Oh, jetzt habe ich einen Speer in die Menge geworfen. Jetzt ist er weg. Oh, ich muss ganz schnell zurück, sonst kriege ich ziemlich viel Schaden. Nur blöd, dass Schwimmen ziemlich viel Energie kostet. Versuch wieder in Land zu gehen. Fuck, ich bin gleich, ich bin gleich, wenn es weitergeht. Komm, Schwimmen schneller, du Scheiß. Die sind echt scheißschnell, ne, die vier? Jedes Mal, wenn ich block, sind es langsam, wenn ich zuschlag. Oh, shit. Hab wieder einen. Sehr gut. Trink, so. Hab wieder einen. Getrunken habe ich jetzt genug. Musste ich nur noch was essen. Ganz schnell zurück. Bist du eigentlich? Alte, Alte bist du weit. Ja, ich bin jetzt gleich bei unserem Lager wieder. Wow. Ja, hallo, ich musste jetzt ganz dringend zurück, weil ich bin jetzt gleich am Verhungern und gleich am Verduschten und Leben habe ich auch ganz mehr. Das war jetzt sehr kritisch gerade bei mir. Alter, jetzt lebt der immer noch. Der ist jetzt das dritte Mal aufgestanden. Was ist denn so scheiß an, Alter? Ja, manche sind sehr stark. Jetzt ist er, glaube ich, richtig down. Jetzt komm her. Komm her, bitch. Dir legt ich an. Jetzt hat er sich weggewollt. Das kommt mir nicht so an. So, ich bin jetzt sicher daheim, hab was gegessen, jetzt... Und ich hab alle getötet. Nee, ich hab gerade alle getötet. Gut, passt. Ich weiß nicht, ob ich die Leichen mitnehmen soll. Wozu denn leicht... Achso. Ah, scheiße. Geh, drop. Du lebst noch. Ah, stirb. Störb. Endlich. Scheiße. Wie viele waren denn da? Alter. Das hört sich gerade in den Kursern. Das ist ein Vogel. Störb. Scheißvogel. Scheiße, der Vogel hat's natürlich überlebt. So, ich bin jetzt unterwegs, ne? Gut, zu wissen, dass sie hier beschiss sind, das merke ich mir jetzt mal. Jetzt hab ich natürlich gar keinen Ausdauer. Mega Hunger. Ah, da ist der Teich. So. Ich hab jetzt Wasser. Das ist sehr schön. Jetzt kann man da aufkochen und trinken. Aber es regnet eh gerade. Voll geil eigentlich, ne? Falls dir mal aufgefallen ist. Ja, ja. Vielleicht würden wir regelmäßig essen. Vielleicht hat er denn nicht die ganze Zeit so Hunger, weil wirklich, ich esse was und zwei Sekunden später hat er wieder Hunger eigentlich. Och, nee. Nee, da kommt wieder welche. Nee, ist nur einer. Du lass mich jetzt einfach mal in Ruhe, ja? Er verpiss dich einfach mal. Was ist mit dir los? Nein, es sind wieder zwei. Okay, jetzt kann ich doch vielleicht noch Hilfe brauchen. Weiß ich noch nicht. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Okay, ich drehe mal Richtung Wasser. Was ist das denn mit 100%? Perfekt. Aber es sind echt viele hier, ne? Ja, es sind echt viele hier, ne? Ich will ja meinen ja nur noch. Ach, da sind auch noch zwei. Alter. Ja, die sind echt überall gerade hier am Strand, ne? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die, ob das wirklich, dass man das meiden sollte eigentlich, dass die einen sehen. Weißt du? Ja, ich glaube... Ob die dann immer Verstärkung holen und dann sich das merken, wenn sie weglaufen und immer wieder kommen. Ich weiß nicht. Wenn man was im Topf hat, kann man das dann auch wieder weglegen? Also wieder Waffen nehmen und da ist noch was da drin? Ja, ja, nochmal schon. Okay. Glaube ich. Dann versuche ich das jetzt so mal. Zum Beispiel Schrei oder so. Ich glaube doch, dass die Verstärkung rufen, ne? Wenn wir nicht... Kann schon sein, ja. Jawohl, ich habe nochmal einen Hasen erwischt. Sehr schön. Brauchen wir noch einen Hasen? Oh, das nochmal einen Hasen. Hasen. Stick. Stick ist schon mal gut. Legst du mir schon mal was ins Feuer zum Essen vielleicht, also wenn... Ja, warte, ich gehe gleich zurück. Der hat mich jetzt echt bis hierher verfolgt, ne? Der spaßt. Der ist immer noch da. Verdammt, ich habe den Hasen aufs Augen verloren. Wenn du echt gar keine Ausdauer mehr hast, kannst du auch nicht mehr sprinten und nicht mehr nach Hause laufen, ne? Bist du voll schlimm? Ja, das ist... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, shit. Okay, okay. Jetzt musst du das erledigen. Kill him. Oh, shit. Okay, jetzt musst du das erledigen. Kill him. Ach, Gott. Das kann's doch nicht sein, echt. Das übertreiben die ein bisschen. Hä? Ohaah. Das ist mehr, oder? Hast du noch... Hast du noch einen Hasenfell? Nein. Wird das jetzt sein? Nein. Du hast keinen einzigen Hasen erwischt. Lass mich verarschen. Hahaha. Sack. Die hier frischen wieder. Das kann's doch nicht sein. Na gut, dann müssen wir uns für die Nacht wohl auch wieder ein Ding shelter bauen. Ja, wir haben noch den einen Hasen da, oder? In dem Käfig, wenn die den schnell holen und töten. Nein, 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 nein. Den lassen wir da jetzt draußen. Ohne, du rennst schnell zum Zelt, ha? Äh. Hast du ne Fackel gebaut? Das ist, glaub ich, keine Fackel. Ich bin mir nicht sicher. Hallo. Na, ihr Süßen. Wollt ihr reinkommen? Hallo. Schauen, wie viele das sind. Eins. Oh. Oh. Zwei. Zwei sind's. Zwei. Einen hab ich. Zwei hab ich. Wunderbar. Na gut. Aber das ist eigentlich ne gute Folgenlänge, glaub ich, weil immer so eine Nacht und ein Tag ist. Oh, da ist noch einer. Holy screw. Wo kommt der jetzt? Brauchst du Knochen? Ne. Aber wir könnten noch so ein Knochenlager bauen, da können wir die noch mal rein tun. Oh, ich war ein bisschen zu brutal hier. Ja. Da liegen schon hier, hier liegt schon ein Bein und so auf. Wieso tust du das? Ja, ich will immer nur sicher gehen, damit die wirklich froh sind. Alter. Na, warum zündet der das Feuer nicht an? Was ist das? Na gut, Zack. Ach, Hetze. Oh, bist du noch jemand? Oh, ja. Shit, 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 shit. Ich hab geblockt. Boah, Alter. Der darf mich nicht erwischen, sondern ich bin tot. Oh, da kommt noch einer. Wenn ich das richtig gesehen hab. Yo. Shit, ich bin tot. Nein. Ja doch, ich bin tot. Ernst. Ja. Ja, der andere hat mich überrascht. Kann ich dich wieder beleben? Ich glaub schon, ja. Das ist jetzt problematisch, weil ich ja wüsste irgendwie gerne. Dann frisst du nen Snickers oder so. Kriegst doch Leben, oder? Friss irgendwas. Ja. Was du Leben hast. Äh, nein, ich hab kein Leben dazu. Hast du Medizin? Ich hab doch Medizin! Ja, Mann, nimm die Medizin und hau die drauf. Der eine ist schon halb tot, der lag schon am Boden. Komm schon, jetzt läuft die Zeit ab, ne? Oh shit, okay. Wie viel hast du noch? Ja, nochmal drei Viertel. Bald bin ich bei der Hälfte. What? Komm schon, wir müssen doch nochmal folgen. Alter, der ist groß. Alter, komm schon. Hälfte, Zeit nur noch. Ah, das waren echt viele jetzt. Das war ein bisschen übertrieben, ne? Oh, danke, Mann. Geil. Wow, das sind ja immer noch so viele. Komm jetzt rein. Komm. Das ist gut zu wissen, wenn einer stirbt, dass man wiederbeleben kann. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ja, aber... Ey, das... Was ist das gewesen? Alter! Da hat er grad einen Molly reingeworfen. Das hat doch gleich Clear gemacht, oder? Als wär irgendwas zersprungen. Also, ich war nicht im Feuer. Dann kommst du nicht. Wirf der Molotow-Cocktail auf uns. Ich muss echt jetzt einen Medic nehmen. What? Oh fuck, wie viele das sind. Oh mein Gott. Wieso sind da... Was ist das jetzt, Alter? Wir sind da jetzt immer so viele, Alter. Wir müssen jetzt unbedingt das Hausboot bauen. Oder die sind Fenster voll, wenigstens. Ja. Alter, was machen die da? Töten die sich gegenseitig. Oh fuck... Lol, was macht der da? Was zum... Was zum... Lol, die kommen hier rum. Oh fuck. Jetzt haben wir ein Problem. Wo ist... Wo ist unser Boot? Was ist denn so verdammt... Ist das... Ist das gerade aufgestellt? Ist das aufgestellt? Nein, das kann doch nicht sein. In unserer Zuflucht. Ich hau zwar gerade die Hälfte kaputt bei uns, aber... Ist mir lieber... Versuch hier mal dieses scheiß Boot hier wegzukriegen. Ja, ich muss schnell ans Feuer, weil sonst hier friere ich. Ja, ich auch. Reparier mal ein bisschen. Aber ich hab das... Ich hab das Boot wieder bisschen... Rausgeschubt. Der steht im Wasser wieder auf. Das ist jetzt nicht dein Ernst. So, komm. Alter, wie weit kommen die denn jetzt? Komm aufs Boot. Lauf! Vor, 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 vor! Ich komm nicht weg! Mit Maustaste! Ach so! Danke! Alter! Oh nein, und ich friere jetzt. Kann's jetzt nicht sein. Alter, Folgenlänge. Wir müssen jetzt Schluss machen. Jetzt direkt hier am Boot. Sorry, es ist zwar eine kleine Cliffhänge, aber... Ja. Okay, dann verabschieden, oder? Ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge, ciao! Bis zur nächsten Folge, ciao!